So, herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Es geht direkt weiter. Wir warten auf Dragon One, dass sie die Verwundeten abladen und dann können sie gleich bei Alpha nochmal aufnehmen. Das heißt, wir werden jetzt hier noch ein paar Stunden hier verbringen müssen. So, Borre One darf wieder anhalten. Borre One, this is Papa Bear. Stop moving. Over. Papa Bear, this is Borre One. Stop moving. Out. So, Bravo. Nein, nicht Alpha. Bravo. Bravo, this is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear, this is Bravo. Our position is 4, 3, 3, 5, 5, 3, 9, out. 4, 3, 3, 5, 3, 9. Das können wir jetzt ja mal wegnehmen. Okay, und Alpha bewegt sich dann bitte mal hier auf die Straße. Alpha, this is Papa Bear. Move to, 4, 3, 7, 5, 5, 3, 8. Over. So, dann muss Dragon One zweimal fahren, dann ist das eben so. Moving to, 4, 3, 7, 5, 5, 3, 8. Out. Papa Bear, this is Alpha. Destination reached. We're at 4, 3, 7, 5, 5, 3, 8. Out. Okay. Papa Bear, this is Dragon One. We're at the base. We're leaving wounded. Refueling. Refueling supplies. Okay. Dann abwarten. Ah, ich weiß, dass ihr am Stützpunkt seid. Das sagt ihr dir gerade. Papa Bear, this is Dragon One. Refueling finished. We're locked and loaded. Out. Habt ihr denn schon die Verwundeten abgeladen oder was? Dragon One, this is Papa Bear. Das finde ich irgendwie komisch. Auftanken beendet? Was ist denn mit den Verwundeten dann? Papa Bear, this is Dragon One. Aufgabe, okay. Dragon One. Befehl, Bewegung und wieder mal mit allerschnellster Geschwindigkeit hierhin. High. Fuel level high. Ammo full. Out. Dragon One, this is Papa Bear. Move to, 4, 3, 7, 5, 5, 3, 8. ASAP. Over. Papa Bear, this is Dragon One. Moving to, 4, 3, 7, 5. 5, 5, 3, 8. Top Speed. Out. So, und dann versuchen wir mal beide Trupps aufzunehmen in den APC gleich. Papa Bear, this is Dragon One. Ach Gott, das dauert alles so ewig einfach nur. Papa Bear, this is Dragon One. We're in position. At, 4, 3, 7, 5, 5, 3, 8. Out. Ja, einfach... Ach nee, Quatsch. Dragon One. Dragon One, this is Papa Bear. Collect the wounded and deliver the goods. Over. Papa Bear, this is Dragon One. We're taking wounded soldiers and leaving supplies. Out. So. Dauert wieder eine Viertelstunde. Ah. Geht schnell. So, Dragon One. Gleich weiter. Befehl. Bewegung. Stützpunkt. Bam. Und erneut. Eine Runde, bitte. So, warten, warten, warten. Yay. Wir laden die Verbundenen ab. Juhu. So, Dragon One. Dann bitte einmal bewegen. Wieder hierhin. Volle Geschwindigkeit. Dragon One. Dragon One. This is Papa Bear. Move to. Four. Three. Five. Bye. Three. Nine. ASAP. Over. Papa Bear. This is Dragon One. Moving to. Four. Three. Five. 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 So, Bravo macht sich auch dahin auf den Weg. We're at the base. Refueling. Bravo. This is Papa Bear. Move to. Four. Three. Five. Bye. Three. Nine. Over. Gut. Ja. Ist schön. Mach mal. This is Bravo. Oh mein Gott. Ist hier Zeit verloren gegangen. Das ist echt unglaublich. Aber wir mussten ja beide Trupps wieder auf volle Stärke bringen. Die waren so geschwächt. Das ging nicht anders. Mit denen hätten wir den Einsatz nicht mehr zu Ende bestreiten können sonst. Five. Five. Three. Nine. Out. So. Dragon One. Nein. Oh, ich hab mich vertippt. Fuck. Oh. Lad den. This is Dragon One. Gott. Ihr habt doch nichts. Ach Gott. Das will, ey. Ladet schneller. So, woher sehe ich denn jetzt, welche Unit an Bord ist und welche nicht? Das hilft uns also nicht. Zustand? Ist es da irgendwie drin? Nine. Out. Alpha. This is Papa Bear. Ist jetzt ein bisschen erratisch, aber ich muss das ja irgendwie herausfinden, ob die jetzt alle drin sind oder nur ein Trupp oder anderthalb oder zwei. Ah, an Bord. Okay. Alpha ist an Bord. Sehr gut. Okay. So. Zustand bei euch. Das ist excellent. We're fresh. Ammo full. On board. We're being moved into position. Out. Bravo. This is Papa Bear. What's your status? Over. Papa Bear. This is Bravo. 30, 5, May. We are waiting for orders. Reporting. Zero deaths. So, Bravo. Könnt ihr denn eventuell noch einsteigen? Out. Bravo. This is Papa Bear. Oder ist kein Platz mehr für die weiteren 35 Männer? Das kann natürlich auch sein bei fünf Fahrzeug. Weiß ich jetzt nicht. Okay, können wir nicht. Inducer. Out. Okay, dann wird Bravo jetzt mal bewegen mit voller Kanne, die sie haben, nach dort. Bravo. This is Papa Bear. Move to 4, 1, 0. Bye. 5, 6, 1. Asap. Over. Papa Bear. This is Bravo. Moving to 4, 1, 0. Bye. 5, 5, 6, 1. On the double. Out. Dragon 1. This is Papa Bear. Move to 4, 1, 1. Bye. 5, 5, 6. Over. Papa Bear. This is Dragon 1. Moving to 4, 1, 1, 5, 5, 5, 6, 0. Ja, mal gucken, wann es den ersten Feinkontakt gibt. Papa Bear. This is Bravo. We are under fire from 4, 2, 9, 5, 5, 4, 7. Over. Papa Bear. This is Dragon 1. We see Boomer. Probably. Crons. 10. Or so. Man. At. 4, 2, 9, 5, 5, 5. So, dann bewegt euch mal zügig bitte hierhin. 4, 2, 9, 5, 5, 4, 7, out. Dragon 1. This is Papa Bear. Move to 4, 2, 1. 7, 5, 5, 5, 4, 5, Asap. Over. So. Och Leute. Was ist denn das, dass die auf einmal so viele Tote haben? Das war doch sonst nicht so. Strange. Papa Bear. This is Dragon 1. Moving to 4, 2, 7, 5, 5, 4, 5. Top Speed. Top Speed. Out. Ja, macht mir zu Bravo. Greift einfach an. Bravo. Engage. Over. Papa Bear. This is Bravo. Ready to engage enemy. Moving into this position at 4, 2, 9, 5, 5, 4, 4, out. Papa Bear. This is Dragon 1. We are looking at Krons at 4, 2, 9, 5, 5, 4, 7, as enemy own. Papa Bear. This is Bravo. This is Bravo. Requesting medivac. Over. Papa Bear. This is Dragon 1. We are opening fire at enemy. At 4, 2, 9, 5, 5, 4, 7, out. Dragon 1. This is Papa Bear. Empty the vehicle. Over. Papa Bear. This is Dragon 1. Unloading live cargo. Out. Papa Bear. This is Dragon 1. Unloading complete. Drei Männer, ey. Und dafür machen wir so lange Minuten hier Aufenthalt. Alpha. This is Papa Bear. Engage. Over. Ja, das waren mal irgendwie so um die 10, ne? Aber... This is Alpha. Shooting at enemy. At 4, 2, 9, 5, 5, 4, 7, out. Man, macht die doch platt. Papa Bear. This is Alpha. Moving into position to a... Engage the enemy at 4, 10. Um... Bravo. This is Papa Bear. What's your status? Over. Papa Bear. This is Bravo. 33, 3, main. Our order says to... Engage. Exchanging fire. Reporting, 1. K.I.A. 1. Wounded. Boy's Morale high. Unit fresh and clean. Ammo full. Out. Papa Bear. This is Bravo. Enemy unit wasted. Out. 4. 5. Out. Dragon 1. This is Papa Bear. Collect the wounded and deliver the goods. Over. Papa Bear. This is Dragon 1. We're taking wounded soldiers and leaving supplies. Out. Man muss Bravo aber noch sich dahin bewegen, denn die sind da ja noch nicht. Bravo. This is Papa Bear. Move to. 4. 2. 7. 5. 5. 4. 6. ASAP. Over. Bravo. This is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear. This is Bravo. Our position is 4. 2. 9. 5. 5. 4. 4. 4. Moving to. 2. 7. 5. 5. 4. 6. Out. Papa Bear. This is Bravo. Moving to. 4. 2. 7. 5. 5. 4. 6. On the double. Out. 4. 1. This is Papa Bear. You can proceed. Over. So, die Einheit ist ja weg. Papa Bear. This is 4. 1. We are in the position. Inbound. Club, aber mal so schnell, wie es eben geht. Und da würde ich mal sagen, dass Alpha sich hier in Bewegung setzt. Alpha, this is Papa Bear. Move to. 4. 1. 8. 5. 5. 5. 0. ASAP. Over. Die sollen sich einfach mal schnell bewegen, weil das dauert mir alles viel zu lange hier. Ich weiß, das wird die auf Dauer ein bisschen schwächen, weil sie natürlich die ganze Zeit am Rumrennen sind wie die Irren. Aber es geht nicht anders. Wir müssen diesen Konvoi durchbringen. Da müssen sich alle mal ein bisschen am Riemen reißen hier, sonst wird das nichts mehr. So, die bewegen sich jetzt hier hin. Bravo wird jetzt ja wohl hoffentlich von Dragon 1 hier versorgt. Kann seine Verwundeten und Toten abladen und dann gucken wir mal. Okay, wie sieht es bei Bravo aus? So, und diesmal werden wir Dragon 1 natürlich nicht wegfahren lassen für eine Person. Das tut mir leid, das ist zu wenig. Ja, das ist Boar 1. Immer noch. Boar, Boar, Zero, moving, west, out. Dragon 1, this is Papa Bear, collect friendly unit, over. This is Boar 1, that's probably us you've seen, out. Papa Bear, this is Dragon 1, taking cruds, out. So, und dann Dragon 1, dann bewegt euch doch bitte einmal hier hin. Dragon 1, this is Papa Bear, move to, four, one, two, five, 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 over. Papa Bear, this is Dragon 1, moving to, four, one, two, five, 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 out. So, und Boar 1, wo bist du? Boar 1, this is Papa Bear, what's your position, over. Papa Bear, this is Boar 1, we are at four, three, three, five, five, four, zero, moving to, three, nine, two, five, five, seven, four, out. Okay, die brauchen noch etwas. Alpha, deine Position brauche ich auch nochmal. Und dann können wir mal uns auf den Kampf bei Tung Lapp und Co. gefasst machen, glaube ich. One, two, five, five, four, six, moving to, four, one, eight, five, 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 zero, out. Da sind die noch, oh Gott. Und das, obwohl sie hier mit maximaler Geschwindigkeit laufen sollen. Sind die denn schon irgendwie fatigued oder so? Also, außer, außer, sind die schon erschöpft jetzt oder wie sieht's da aus? Wir sind fit, okay. Gut. Papa Bear, this is Boar 1. The road is blocked. Charlie Artillery is scorching the sector. Yellow man here says the barrage is too powerful for the Kong to pull off. Has to be the NVA. We have to wait it through. Over. For them, Lieutenant. Over. War 1. This is Papa Bear. Stop moving. Over. Also, was ist denn jetzt passiert? Die Artillerie der Charlies zerbombt diesen Sektor. Der gelbe Mann hier sagt, der Sperrfeuer sei zu stark für die Vietkongs. Es muss die NVA sein. Wir müssen es abwarten. We won't be wasting our time, Boar 1. Drive off the road and take a detour through the fields. Over. Das ist hier, ne? That's not gonna fly, sir. The element insists that leaving the trail is a bad idea. Over. Na gut, wir vertrauen dem Mann. Roger das, Boar 1. Charlie Artillery should go silent any minute. NVA or VC, they're not the US Army. They gotta save ammo. We'll wait it out. Out. Papa Bear, this is Boar 1. Stop moving. Out. So, und übrigens auch Dragon 1. Wenn ich den den Befehl mal hinkriege. Äh, stopp. Irgendwo. Stopp, stopp, stopp. Nein, ihr sollt hier hin. Dragon 1, this is Papa Bear. Move to, four, two, two, bye, five, four, seven, over. Papa Bear, this is Dragon 1. Moving to... Das ist jetzt Alpha, ne? Genau, Befehl, Bewegung. Genau. Alpha, this is Papa Bear. So. Move to, four, two, four, bye, five, five, zero. Over. Papa Bear, this is Alpha. Moving to, four, two, four, five, 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 zero. Out. Juhu. Juhu. Papa Bear, this is Alpha. Shooting at enemy. At four, two, one, five, 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 four. Out. Hm. Zehn Leute. Das geht ja nicht. Men at 4, 2, 1, buy, 5, 5, 4, out. Dragon 1, this is Papa Bear. Move to 4, 2, 3, buy, 5, 4, 8, over. Papa Bear, this is Dragon 1. Moving to 4, 2, 3, 5, 5, 4, 8, out. So, Bauer, wo bist du? 4, 1, this is Papa Bear. Der steht jetzt ja auch irgendwo oben. Papa Bear, this is Bauer 1. We are at 4, 2, 9, 5, 5, 4, 2, out. Mhm. Alpha, this is Papa Bear. What's the encounter status? Over. Papa Bear, this is Alpha. We are exchanging fire with enemy. Runs at 4, 2, 1, buy, 5, 4, Charlie is inferior in Numbers. We are winning, out. Okay. Das klingt ja schon mal ganz gut. Papa Bear, this is Alpha. Charlie Unit fragged, out. Gut, das klingt sehr gut. Das sollte ja kein Problem sein. Alpha, this is Papa Bear. What's your status? Over. Papa Bear, this is Alpha. No longer under fire. Out. Papa Bear, this is Alpha. 30, oh man, we are. Okay, perfekt. Reboarding no KIA. Zero wounded. Our morale is excellent. We're fresh. Ammo bowl, out. Okay. Okay. Was, wir sehen uns mit wahrscheinlich Fußtruppen. 30 Minna, 4, 1, 8, 5, 5, 9. So, hier. Okay, dann Dragon One. Dann würde ich sagen, entladet mal bitte eure Bravo-Truppen. So, dass wir die Leute im Feld haben. Wenn hier noch mehr kommen, dann wollen wir die natürlich auch gleich mit abfrühstücken. Papa Bear, this is Dragon One. Unloading complete. Out. Papa Bear, this is Boar One. I think it's over. Cool, ist ja überhaupt nicht spät geworden. Nice. So. Äh, Bravo. Bravo. This is Papa Bear. Move to. 4, 1, 9, 5, 5, 5, 3. Over. Alpha. This is Papa Bear. Move to. 4, 2, 2, 5, 5, 5. Over. Dragon One. This is Papa Bear. Move to. 4, 2, 1, 5, 5, 5, 3. Over. So, dann rotten wir erstmal diese kleine Truppe mit 30 Leuten hier aus. Das wird hier der letzte große Widerstand, glaube ich, sein, vor unserem Wegpunkt, immerhin. Papa Bear, this is Dragon One. Moving to. 4, 2, 1, 5, 5, 5, 5, 3. Over. So, Boar One kann jetzt auch wieder weiterfahren. Boar One, this is Papa Bear. You can proceed. Over. Papa Bear, this is Boar One. We are rolling into position. Out. Papa Bear, this is Alpha. Movement inside. Bravo, this is Boar One. One. Papa Bear, this is Dragon One. We are in position. At. 4, 2, 1, 5, 5, 5, 5, 3. Out. Papa Bear, this is Bravo. Something's moving, Bravo. Vehicles. 5 or so. Units. At. 4, 2, 1. This is Boar One. That's probably us you've seen. Out. Okay, Foxop. Kann uns hier nicht mehr helfen. Papa Bear, this is Dragon One. 4, Units. I hear you. Out. This in Red One. Red One, this is Papa Bear. What's your status? Over. Papa Bear, this is Red One. 4, Units. We are currently idle. Reporting. Zero choppers down. No damage taken. Morale high. Deal level high. Ammo full. Out. Wieso haben wir auf einmal Wait One als Unterstützung? Vier Einheiten. Whatever. Okay. Strange. Was das jetzt für ein Kontakt war, war es auch kein Mensch. Alpha? This is Papa Bear. Sehr komisch. What's your position? Over. Papa Bear, this is Alpha. reporting position. 4, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 1, moving 2, 4, 2, 2, 5, 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 out. Papa Bear, this is Bravo. Position reach. We are at 4, 1, 9, 5, 5, 5, 5, 3, out. Hm, wir können die hier schon reinladen. Bravo. This is Papa Bear. Hop on board. Over. Papa Bear, this is Bravo. Hopping in. Out. Ja, können wir die schon mal wieder mobil machen und weiterfahren, wenn hier nichts mehr ist. Und Alpha wird dann hier durch dieses offene Feld hier gleich vorrücken, beziehungsweise durch die Deckung des Waldes hier, würde ich sagen. Papa Bear, this is Dragon One. Unit on board. Loading finished. Out. Dragon One, this is Papa Bear. Move to 4, 1, 3, 5, 5, 5, 7. Over. Papa Bear, this is Dragon One. Moving to 4, 1, 3, 5, 5, 5, 7. Out. So, Boar One, wo bist du? Boar One, this is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear, this is Boar One. We are at 4, 2, 2, 5, 5, 4, 7. Moving to 3, 9, 2, 5, 5, 7, 4. Out. Na, lassen wir so nochmal ein bisschen fahren hier, dass die hier Meter machen. So, ganz gefahrenvoll sieht mir das hier hier aktuell nicht aus. Papa Bear, this is Alpha. Destination reached. We are at 4, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5. Out. Okay, dann bewegt sich Alpha hier mal in schneller Bewegung hier hin. Alpha, this is Papa Bear. Move to 4, 1, 3. 5, 5, 5, 5, 9. ASAP. Over. Papa Bear, this is Alpha. Moving to 4, 1, 3, 5, 5, 5, 5, 9. On the double. Out. Okay. Papa Bear, this is Corporate One. I heard you boys are operating in the area. Be advised, we are going to drop a lot of... Okay. Moment, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. Move to 4, 2, 1, 5, 5, 5, 6, over. Roger that, Corporate One. Out. Dragon One. This is Papa Bear. Move to 4, 2, 0. Alle anhalten. 5, 5, 5, 4. ASAP. Over. 4, 1. This is Papa Bear. Anhalten. Ich habe zwar keine Ahnung, warum jetzt auf einmal Napalm kommt, but well. 6, out. Papa Bear. This is Alpha. Destination reached. We're at 4, 2, 1, 5, 5, 5, 6, out. Papa Bear, this is Dragon One. Moving to 4, 2, 0, 5, 5, 5, 4, top speed out. Ey, hörst du mal auf, mir das da durchgegenzuschieben? Stop moving. Out. So, Boar One ist wahrscheinlich... Ne, nicht Red One, Boar One. Boar One, this is Papa Bear. Hoffentlich noch nicht zu weit. What's your position? Over. Papa Bear, this is Boar One. We are at 4, 1, 8, 5, 5, 5, 1, out. Wir stehen genau vor der Napalmzone. Na gut, okay. So, little bull, are you going to tell your white princesses you prefer the need girls now? I don't know what I'm going to do. Hm. Well, brother, you don't have to do nothing. I don't know you think you're in love with, uh, what's the name again? Li Yu, ma'am. Right. I know you think you're in love with Miss Li Yu. That's not true, my boy. You don't know with nothing. I hear you, preacher. But, what if? What if I really like her? Don't be stupid. She's nice and all, but you met her in the whole house. You paid her to be like that. Have fun. But remember, that's not real. I know, I know. But Luann, she's not here. She wouldn't understand. Damn, Kovacs. You for real? You fell for the first hole that's been nice to you? God, you white boys are stupid. Coming out. Papa Bear, this is Dragon 1. We're in position at 4, 2, 0, 5, 5, 5, 4, out. Ja, dann warten wir jetzt mal auf den Abwurf. Okay, Dragon 1 rückt als erstes hier rein. Dragon 1, this is Papa Bear. Move to 4, 1, 0, 5, 5, 5, 8, over. Papa Bear, this is Dragon 1. Moving to 4, 1, 0, 5, 5, 5, 8, over. Alpha, this is Papa Bear. Move to 4, 1, 3, 5, 5, 5, 9, ASAP. Over. Ja, die Mission dauert lange. Das stimmt so, denke ich. Und vor allen Dingen, ja, das ist ja auch einigermaßen realistisch. Wir haben jetzt hier morgens um 8 Uhr oder halb 8 angefangen. Boah, 7, 8 Stunden sind rum. Wir sind immer noch nicht am Ziel. Aber bei so einer Distanz kann man sich schon vorstellen, dass das einigermaßen passt. Wir hatten ja hier so ein paar Hold-Ups, ne? Also hier mit den Baumstämmen mussten wir warten. Die Artillerie mussten wir abwarten. Denn gut, die hätten wir auch umfahren können. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee gewesen wäre. Und wenn die lokalen Leute uns schon sagen, nein, lieber nicht vom Pfad abweichen, glaube, würde ich auch nicht machen wollen. Weil wer weiß, vielleicht war diese Artillerie ja genau dazu da, uns hier rumzube... uns quasi umleiten zu lassen, damit wir genau in irgendwelche Hinterhalte fahren. Also da wäre ich mir bei den Vietcongen immer nicht sicher. So, dann schauen wir mal, ob die dort was finden in der Stadt. Okay, Alpha ist da. Dann lassen wir Alpha jetzt mal gerade hier normal laufen. Ach, da oben an diese Straße. Ist das ein Tunnel hier? So, und Dragon One lassen wir dann schon mal hier hinten marschieren. So, da sollen die jetzt jeweils hin. Wir lassen Boar One natürlich dann auch wieder weitermarschieren oder weiterfahren. und hoffen, dass das gut geht. Aber ich weiß immer noch nicht genau, was ist denn jetzt Red One? Ist das jetzt ein Hubschrauber-Geschwader oder sowas? Okay, die stehen da hinten. Die können wir jetzt rufen oder was? Ne, wir können denen nur sagen, doch. Helikopter starten. Ach, das ist hier Helikopter. Ah, okay. Dann lassen wir aber noch mal warten, was passiert. Dass ich das jetzt hier nicht wegklicken kann, wenn ich das einmal angewählt habe. Das finde ich auch ein bisschen eigenartig. Ja. Ist wie es ist. Raum ist hier auf einmal stille. Red One, this is Papa Bear. Do you copy? Over. Open für you. Papa Bear, this is Red One. Reporting and awaiting for orders. Copyright. Okay. Papa Bear? This is Alpha. Contact. Enemy. Snipers. Two. Man. At. Four. One. Three. Five. Five. Six. Six. Out. Sind ja auch nur zu zweit. Oh, das ging schnell. Okay. VC surrenders, das ist gut. Dann könnt ihr gleich weitermarschieren. Also dieser Trupp wurde quasi direkt zum Aufgeben gezwungen. Das ist schon mal gut. Okay, dann könnt ihr direkt mal hierhin marschieren. Bitte einmal mit Bravo im Schlepptau vorrücken. One, five, five, seven, one, over. Papa Bear, this is Dragon One. Moving to War Zero. One, five, five, seven, one, out. Okay, die bewegen sich weiter fort. Ja, irgendwie hier, War One wird sich auch weiter fortbewegen, aber es dauert natürlich. Ich lasse die jetzt erstmal fahren. Und Alpha geben wir jetzt auch mal so ein paar Minuten Zeit. Okay, dann rückt Alpha hier bitte einmal hin vor. Alpha, this is Papa Bear. Move to War Zero. Two, five, five, seven, four, over. Papa Bear, this is Alpha. Moving to War One, wo seid ihr denn jetzt eigentlich? War One, this is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear, this is War One. We are at four, one, five, 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 four. Moving to three, nine, two, five, five, seven, four, out. Warum fahren die eigentlich neben der Straße? Man weiß es nicht. Ja, dann warten wir eine Zeit lang, bis sie kommen. This is Dragon One, BC Boop. Probably, Krons, thirty, or so. Man, at. Ja, das sind unsere. Eight, five, 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 seven, zero, moving, northwest, out. This is Alpha. We are operating in the region. That could have been us you've seen, out. Mm-hmm. Ja, das habe ich mich im Übrigen auch gefragt. Oh, Swear Language. Das sagt man doch nicht, Rassismus. Ich kann dir eine Sache, Lieutenant Coleman. Mein Yellowman ist nicht ein Fan der US-Armee gerade jetzt. Tja. Kein Wunder. Ja, jetzt habe ich mich auch gerade gefragt, warum wurde das denn noch mit Napalm eingedeckt? Ich meine, wir hatten ja, glaube ich, einen Kontakt vorher drin gehabt. Ja, gut, der ist jetzt wahrscheinlich auch weggetoastet worden. Aber da war ja sonst nichts. Das war alles eigentlich hier im Waldgebiet drumherum. Schon ein bisschen strange, muss ich sagen. So, Dragon One. Ihr bewegt euch dann bitte schon mal hier zu der Kreuzung. Dragon One. This is Papa Bear. Move two. Three. Nine. Two. Five. Five. Seven. Four. Over. Und Alpha bewegt sich auch schon mal hier. Papa Bear. This is Dragon One. Moving two. Three. Nine. Two. Five. Five. Seven. Four. Out. Alpha, this is Papa Bear. Move two. Three. Nine. Three. Five. Five. Seven. Seven. Over. Papa Bear. This is Alpha. Moving two. Three. Niner. Three. Five. Five. Seven. Seven. Out. Papa Bear. This is Dragon One. We're in position at three. Nine. Two. Five. Seven. Four. Out. Mm-hmm. Four one. Wo bist du? Four one. This is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear. This is Four One. We're at four. Zero. Five. 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 Six. Four. Moving two. Three. Nine. Two. Five. Five. Seven. Four. Out. Okay. Papa Bear. This is Dragon One. We see Boop. Probably. Krons. Thirty. Or so. At. Three. Nine. Six. Five. Five. Seven. Six. Moving. West. Out. This is Alpha. We're operating in the region. That could have been us you've seen. Out. Papa Bear. This is Four One. Shit. We are under attack from. Four. Zero. Moment. Bewegung. Schnell. Dragon One. This is Papa Bear. Move to. Four. Zero. Five. Five. Six. Five. Hier hat sich noch eine Einheit versteckt. Moment. Ähm. Five. Alpha Platon. Bewegung. auch sofort in die Richtung. Dragon One. This is Papa Bear. Move to. Four. Zero. Zero. Bye. Five. Six. Seven. ASAP. Over. Alpha. This is Papa Bear. Move to. Four. Zero. Zero. Bye. Five. Six. Seven. ASAP. Over. Das ist jetzt ungünstig, weil wir hier natürlich jetzt niemanden in der Nähe haben. Moving to. Four. Zero. Zero. Bye. Five. Six. Seven. Top Speed. Alpha. Oh Mann. Hoffentlich reicht das, um die noch zu retten. This is Alpha. Moving to. Four. Zero. Zero. Five. Five. Six. Six. Three. Seven. Six. Eleven. Nine. Das ist glaube ich aber nicht der, ich weiß gar nicht, was würde ich überhaupt sehen bei uns im Lager. Ich traue mich ja kaum zu fragen. Oh Mann. Stehen bleiben wäre jetzt ja auch ein Fehler, wenn sie das nicht von ganz alleine schon tun. So, dann würde ich mal sagen ausladen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich weiß zwar nicht wo Alpha unterwegs ist, aber ich sag denen mal sie sollen sich hier ein bisschen flankierend auf den Gegner zu bewegen. 4, 0, 1, 5, 5, 7, 0. ASAP. Over. Boppa Bear. Boppa Bear. This is Alpha. Moving to 4, 0, 1, 5, 5, 7, 0. On the double. Out. Boppa Bear. This is Dragon 1. This is Dragon 1. Unloading complete. Out. Boppa Bear. Boppa Bear. Orse, Maine. 1, 4, 0, 1, 5, 6, 7. Out. So, dann werden wir die ja wohl hoffentlich bald ausgeschaltet bekommen. So, dann gehen wir in diese Position auf 4, 0, 1, 5, 6, 7, Out. Papa Bear, das ist Bravo. Auf 5, Charlie Position auf 4, 0, 1, 5, 5, 6, 7, Out. Papa Bear, das ist ein Reden. Wir sehen ein Bewegung. Probably APCs, 5 Units. Ich will nicht, dass sie versehentlich einen von uns treffen. Nicht, dass sie anfangen, hier unsere Truppen zu befeuern. Papa Bear, das ist ein Reden, Kontakt, Enemy, Ruts, 15, oder so, Men, at 4, 0, 1, 5, 5, 6, 7, Out. Papa Bear, das ist ein Reden. Wir sehen uns auf 4, 0, 1, 5, 6, 7, Out. Das ist Bravo. Das ist wahrscheinlich uns, die du gesehen hast. Out. Papa Bear, das ist ein Reden. Wir sehen uns auf 4, 0, 0, 5, 6, 7, Out. So, jetzt sind wirklich alle im Angus-Modus. Also, wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich es auch nicht mehr. So, wie sieht es denn aus? Bravo Platoon, Bericht, Kampfstatus. This is Papa Bear. What's the encounter status? Over. Papa Bear, this is Bravo. We are firing at Charlie Gruntz. At 4, 0, 1, 5, 5, 6, 7. We outnumber the enemy. We are kicking their asses. Out. Na gut. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Wie sieht es bei Boar 1 aus? Boar 1, this is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear, this is Boar 1. We are at 4, 0, 4, 5, 5, 6, 6, 8, Out. Naja, aber das sollte jetzt eigentlich bald... Papa Bear, this is Dragon 1. Target annihilated. Out. Okay, dann lassen wir Red 1. Auf jeden Fall Bewegung zum Stützpunkt zurückkehren. 0, 1, 5, 5, 6, 7, Out. Red 1, this is Papa Bear. Move to the base. Over. Bravo, this is Papa Bear. Hop on board. Over. Papa Bear, this is Dragon 1. We are in position. At 4, 0, 1, 5, 5, 6, 7, Out. Papa Bear, this is Bravo. Hopping in. Out. So, wenn das passiert, liebe Leute, und Red 1 wieder zur Basis zurückkehrt, werde ich hier ein Folgenende machen nach 49 Minuten. Heiliges Blechle. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Tastenauer sagt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.